Hey Freunde, was geht ab? Das ist die Sülze, ich bin Kalle, mit dabei ist Hanno, der ist auch dabei, dann noch Gnu, die ist auch dabei, Sterzig, der ist der Killer, der ist auch dabei, Papo, der ist auch dabei, und gestern gab es bei zwei Papo die letzte Folge von der Sülze, checkt ihr unbedingt ab, Freunde, wirklich, und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mit der heutigen, heutigen, mit der heutigen Runde Dippe Dippe Daylight. Es guckt keiner mehr zu, Kalle, kann es aufhören. Achso, ja gut, dann. Wie hat sich Kalle verändert? Perfekt. Ja, ich dachte, mal ein bisschen Elan, ne? Ja, so, nett. Mach doch mal ready. Ich bin doch bereit, Freunde. Das war höchstens vielleicht WLAN. Mach doch mal ready. Ey, wenn euch DVD gefälscht, dann schreibt es jetzt in die Kommentare, und wenn ihr es nicht mögt, dann verpisst euch. So. Na, ho. Genau so wollen wir es nicht haben. Geht nicht auf Kanäle. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Liebe an Gnu, weil sie es mit uns aushält. Alter, Knackung, ne? Hab ich gehört. Wie damals bei Herzig von Henno und Sterzig. Kennt ihr die? Ja, mit Henno, aber ohne Sterzig. Hä, hä. Achso, du machst jetzt Souls, ne? Dieses Souls-Spiel. Ja, genau. You're my heart, you're my soul. Ja, ich mach mir jetzt Musik. Stell dir mal vor, ich würde auf einmal auf meinem zweiten Kanal nur noch Souls-Musik. Das ist geil. Sitzt da immer so, mit so einem Anzug, Alter, und so Kontrabass, Alter. Ja, Digga. Richtig geil mit der Band. Kalle mit dem Kontrabass wäre geil. Jo. Kontrabass, Kalle, Digga. Gerne dazu Fanart. Gerne Fanart. Ja, malt mal ein Bild in die Kommentare. Macht mal Clip. Geht dir doch einfach nicht, Digga. Ja, also wenn die Söze eine Band wäre, dann schreibt mal in die Kommentare, wer welches Instrument spielen würde. Ich spiele dir die Hunter Honica. Jo, schreibt doch mal in die Kommentare, wie oft ihr am Tag pickeln müsst. Pickel. Du musst mindestens dreimal und einmal kachig. Er Sterzig spielt den Clown, ich hab ihn schon gesehen. Oh nein. Aber dieser Clown, er ist nicht lustig. Aber funny. Ey, nicht den, nicht den, der aufnimmt, gleich töten. Hey. Ich mach nur Aua, Aua in deinen Rücken einmal, ja? Da hab ich dich leider zuerst gesehen. Den kannst du vergessen, den kannst du vergessen. Äh. Ach, Mensch. Weiß ich nicht, Kalle. So nicht. Das war jetzt aber doppelt Aua in den Rücken rein. Aua. Echt, du hast du zweimal gestochen, du bist ein Lügner. Schreib dir in die Kommentare, dass Sterzig ein Lügner ist. 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 Dass er das ist. Hä, ich hab niemals Lügner gegessen. Wirklich nicht. Du bist so ein Otto geworden, Christo. Wie meine Frau, ihr Schild. Ja, alle sagen das. Ey, Gnu, kannst du Kalle retten? Ich hab dich doch gesehen, warum rettest du mich? Nein, nicht, nicht, nicht. Oh mein Gott. Na gut. Den kassier ich jetzt dafür, okay? Ja, dann mach Gnu weg. Mach jetzt Gnu weg, sofort. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Mach jetzt Gnu weg. Das wär das so voll die Reise. Nein. Ja, Gnu, also weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hey, ich war so fern mit stehen geblieben, damit du mir noch einen reinhauen kannst. Ja, ich hab dich halt gesehen. Aber ich hau dem selber ein. Ey, aber wir sind gespawnt und er hat sofort Gnu gesehen. Ja, nee, er hat mich zuerst gesehen. Nee, Kalle. Ja, ja. Ja, ich hab mich nach links gedreht, da saß er am Generator und hatte sich in einem Baum versteckt. Also Freunde, schreibt mal in die Kommentare, welchen Cheatcode Sterzig genutzt, damit... Ich hab übel dem Problem. Dem sein. Dankeschön. Ich hab das übel. Oh, scheiße, Dinger. Ich muss mich erstmal anfassen. Habt ihr den Check gesehen? Großartiger Check. Ey, stinkt so nach dir. Hier sind nirgendwo Paletten, Alter. Es ist ja scheiße. Alles Paletti. Voll in die Fresse. Ich seh nicht eine Palette in diesem Planeten. Dann du halt. In diesem Planeten. So, wir haben noch keine Jens fertig. Handgranate oder was? Freunde, wir müssen Jens machen. Hast du mich weiter gesehen? Nö, aber ich bin einfach mit W weitergelaufen. Ey, ich hab gar kein Gadget mit. Nur. Ja, war witzig, hab ich recht. Halm mich, halm mich bitte. Oh, da liegt ein Papel rum. Komm mal auf meinen Nacken. Oh, sorry. Das war aber schmerzhaft. Erstmal so einen Schritt gedrückt. Mensch, Papo. Du hast aber ein schönes Parfüm drauf. Ach nee, ist ja meins. Ich kann hier gar nicht die Generation kaputt. Ah, nee, nee, nee. Nicht mich. Wir haben gesagt, nicht mich. Renn doch, renn, Renn, Kalle. Diesmal magst du noch in Kommen sein, weißt du? Ich mach mal nicht den. Er verschob mich. Was ein Otto. Oh, Mann, jetzt sieht er mich. Ey, jemand anders muss Kalle holen. Hand auf Scheiße. Er sieht mich. Ey, Dicker. Ey, Kalle, jetzt komm doch und rette mich. Komm und rette mich. Ich seh dich da hinten hinterm Stein, dich heilen. Ich heil mich erst. Ja, aber dann bin ich Stufe 2, wenn du das durchsiehst. Ich komm. Ja, aber wo ist der denn? Wo ist der denn? Ja, nicht hier. Der ist bei Max. Hä? Er ist einfach durchgebackt. Hä, bin ich? Ja, durch die Palette. Ich hab keinen Bock mehr, dieses Drecksgame. Ich will Killer spielen. Ich will Killer spielen. Das reicht mir. Ach so, Leute. Na, guck mal hier. Perfekt. Ich hab's gar nicht geschneit. Die können dich heilen. Das geht schneller, ne? Jo, sterzig, du hässliche Scheiße. Ey. Ey, was soll der Hassbruder? Ich hol ihr Machtgen. Leute, eine witzige Sache war, ich hab euch grad alle drei auf Haufen gesehen, ihrweil. Ey, was geht? Nein, lass mich bitte einfach. Nee, ich lass dich, ich lass dich. Ich hab hier drüben noch eine persönliche Sache zu erledigen. Eine persönliche Person. Ich find's so schade. Keiner kommt mich retten. Doch, ich komm doch grad. Ich find's so schade. Ey, mach doch bitte mal einen Generator. Mach mal irgendwas, bitte. Ey, du hast selber noch nichts erreicht in deinem Leben. Ey, doch, Digger. Wir gucken gleich. Ey, Gnu, bitte heile mich. Ja, bin natürlich. Oh, sterzig, pass auf. Hanno wurde gerettet. Da würd ich aber aufpassen. Ich bin einfach auf deinem Teammate längst. Aber hier gibt's, auf der Map gibt es wirklich keine Paletten, oder? Doch, ich hab jetzt eine gesehen. Ja, zwei Stück haben wir auch schon. Oh Gott. Oh Gott, das war... Oh mein Gott. Oh, ich höre nur Geräusche. Ey, Gnu, hier. Gnu, 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 Gnu. Na gut, na gut. Gnu, du magst du. Das läuft hier, Freunde. Komm, Abfahrt, Abfahrt. Jetzt mal hier mit Tobo. Leg Tobo ein. Leertasse, sehr genau machen. Mach safe. Nicht gut. Was safe. Gibt's Sandwiches? Komm und rette mich. Wo, wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Oh nein. Jemand hat vor gestern in meine Kommentare geschrieben. Das ist schwierig. Vor gestern? Ey, ich renne wie so ein Rentner. Ich hab keinen Bock mehr. Ich könnte nicht sehen. Das stimmt ja nicht. Nee, behalte Molotow. Nee, muss ja... Hier gibt's kein Fenster. Ich kann nirgendwo rein. Aber Mama, ich hab kein Fenster. Das ist ein... Doch, in der Tanke gibt's ein Fenster. Ja, cool. Das ist Gnu. Ciao, du Loser. Oh, das läuft gut. Oh, er klettert hinterher. Wird nochmal spannend, Freunde. Ah, der Clown im Kaufhaus, ne? Welle. Welle. Nee. Leider ist der Feldlack richtig schnell. Oh, Hanno ist schon wieder auf dem Boden. Du hast gut Zeit geschnissen. Hanno ist voll auf dem Boden geblieben. Scheiße, Bruder. Er hat Barbecue und Chili dabei. Das wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Das ist super, dass ich das weiß. Das ergibt Sinn. Okay, ich bin zu doof. Also, jetzt findet der Gnu her. Und Gnu ist genau hier bei... Nein, nein, nein. Oh, jetzt... Er kennt, er kennt Hanno. Hatet ihn in den Kommentaren. Leute, wir haben hier ein riesiges Problem. Ja, ja. Ist das scherzig, das Problem, oder? Nee, nee, nee. Schon. Nu. Ich schinde Zeit. Ah! Nein, Scheiße. Alter, was ist das für eine Lache? Er rennt ja zehn Jahre mit der rum, Digga. Ja, du kannst ruhig Schilfe schreien. Bringt nichts. Ey, bitte mach. Oh, wen sehe ich denn hier vorne? So, komm mal her. Du bist so Flink mit den Fingern. Ich verarzt dich. Danke, Bruder. Abfahrt. Kennst du das hier noch? Kennst du das hier noch? Der ist ja schon fertig. Oh, Leute, bist du nicht geblendet? Nope, ich habe weggeguckt. Das funktioniert eigentlich nicht. Man darf nicht weggucken. Du darfst nicht. Haben wir abgemacht vor der Aufnahme. Hey, wie viel Schaden macht man an diesen Generatoren? Hey, warte kurz. Ich möchte ganz kurz zu einem Schrank gehen. Ach, halt deine Fresse. Komm mit, Kloon, schnell, bevor er Schrank geht. Hey, nicht so harte Worte, Stärzig. Wir gucken Kinder zu. Nee, ich habe die Schnauze. Lass den Generator. Ey, können wir bitte einen Generator noch machen? Ja, bitte. Ja, ja, klar. Hier links. Warte mal. Guck mal, da ist er. Hey, blende ihn, blende ihn. Ey, ich bin der Einzige, der bisher einen Generator fertig gemacht hat. Komm, hier, ich bin hinter dir. Blöck, 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 blöck. Oh no, hätte ich ihn geblockt vielleicht runtergekommen. So. Harpo hängt, einer von euch muss ihn holen, wirklich. So geht das nicht. Ich schlenke ihn ab, ihr holt ihn. Kannst mich ruhig runterholen, Gnu. Kannst mich ruhig runterholen. Nu, kannst du ihn holen? Ja. Oh. So. Hey, hör mal auf. Hey, scheiße. Machen wir genauer. Wichtig und richtig. Oh ja, geht schon wieder los. Okay, ruhig. Au, au. Oh, endlich wieder. Oh nein, Henn, du liegst schon wieder. Nein. Nack. Jetzt ist der Tod. Oh, in meinen Mund. Klein und rund. Minizigarre. Übrigens, leid für alle, die sich an dieser Sprechweise gestört fühlen. Ich kann grad nicht anders. Dickes, sorry. Ich kann grad nicht anders. Es ist halt so. Mittwochabend, was soll ich sagen? So. Es ist noch nicht Mittwochabend. Es ist noch Nachmittag, Herr Sterzig. Nein, es ist der frühe Abend, du kleiner Pisser. Du Pisser. Oh, hallo, Gnu. Oh. Oh, wo hat sie aufgeschrieben? Du bist reingerannt. Das ist mir wurscht. Wir brauchen noch mehr Jins. Warum will man überleben, das spielen? Es ist, du bist ein Opfer. Ja. Du bist ein Opfer geworden. Du bist einfach nur ein Opfer. Du gehörst abgeschlachtet. Ah, okay. Scheiße. Ja, das ist... Oh, warte, 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 Gnu, 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 Warte. Nein, 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 nein. Leute, schaut dich zu, Lass. So, Gnu, pass mal auf. Nein. Oh nein. Ich hab wieder einen Winkmann. Jetzt knall auf deinen Nacken. Knack, knack. Und jetzt... Warum will man ihren Nacken? Hier findet er mich nicht. Wirklich nicht. Das ist ein guter Tipp. Auch jetzt für den Guide, den wir heute aufnehmen. Ähm, ihr seht das ja, hier wo ich bin, da findet einen nicht. Auf gar keinen Fall. Oh. So. Da haben wir euch doch schon mal um 50% dezimiert. Ja, das ist ja super. Hast du die Klappe schon gefunden? Äh, nee. Die ist noch nicht gespawnt. Die spawnt, glaub ich, bei wie viel? Bei einem... Wir müssen jetzt noch einen Gen machen, dann spawnt die. Oder du musst sterben. Jo. Jo. Ey, Kall, ich will dich noch mal dran erinnern, dass ich dich hab leben lassen, ja? Ja, und was soll ich jetzt machen, deiner Meinung nach? Danke sagen. Jo, danke Sterzig. Schaut bei Sterzig vorbei in der Beschreibung. Am Dienstag lehnt er, äh, lehnt er, lädt er auf seinem Kanal. Der Bruder, ey, du, du verhaspelst dich am Laufendenband. Ja, ich bin aufgeregt, weil es gucken ja ein paar Leute zu, weil sie am Laufendenband sind. Ja, Papu, ich seh dich da vorne. Er ist bei mir, er ist bei mir. Okay, okay, ja, ich bin hier gerade an so einer Sache dran. Du hast gerade geschrien, Papu, ne? Ja. Das war nicht der Clown. Oh, scheiße. Schon wieder rausgerannt? Ja, ja. Oh, lol. Oh, 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 ich hab euch das gesagt. Oh, da war er. Du bist nicht rausgerannt. Miese Kackbratze. Papu, pass auf dich auf, bitte. Mein Freund. Ich versuche es, ich versuche es. Oh, das war smart. Smart ist ja auch von Mercedes. Oh, ich geh jetzt wieder zurück. Kalle ist im Schrank. Hä, was? Nein. Das hat man so gehört. Ja, wann kommst du denn hier wieder rein, du Otto? Ja, weil ich das machen wollte. Naja. Sorry, Kalle, das war zu lustig. Ich hab richtig gelacht. Nicht. Ich höre halt die ganze Zeit. Hä, was machst du da? Ich versuche, durch so ein Fenster hier zu werfen. Das geht nicht. Und? Das ist sportlich, ne? Macht Spaß? Sportlich, ne? Schönen Weitwurf. Funflaschen Weitwurf. Sterzig heißt du. Ne, warte, Papu. Wie machen wir das? Sterzig heißt du. Wie machen wir das jetzt? Ja, ich versuche noch einen Jensen zu machen. Und dann suchen wir einen Schlüssel. Und dann entkommen wir. Okay. Das klingt nach einem Plan. Das wird nichts. Ach ja, Freunde. Guck mal hier rein. Was hier so drin ist. Wie so ein Überraschungsei. Man weiß es immer nicht. Er ist noch bei mir. Du kannst es jetzt fertig machen. Jo. Alles klar. Aktiv. Ey, schön. Schön aufgeschlossen, Kalle. Ja. Die Box ist offen. Nimm die neue. Die hat ein bisschen mehr Saft. Ey. Guck mal, ob die... Was für Batterien? Doppel A oder... Nee, gar keine. A, C, Digga. Jo. Entschuldigung. Ich bin tot. Gartem. Schön in meinen Mund. Warum kann ich nicht... Ich hab keinen Spritz. Nee, vergiss es. Verde, gieß es. Das ist irgendwie weird. So. Rauf mit dir. Jetzt ist natürlich die große Frage. Er weiß, wo du bist. Etwa hab ich ein Chili, ne? Hab ich nicht. Ja, ja. Wir werden das jetzt herausfinden. So, sterzig. Ali. Du und ich, mein Lieber. Du und ich. Eine Folge. Das ist jetzt das gleiche Duell wie vorhin bei dir. Also vorgestern. Ja. Aber nur heftiger noch, weil... Hey, war es nicht vorhin? Mach einen Körper, Kalle. Mach einen Körper. Körper, Kalle. Also, sterzig. Willst du den Zuschauern da draußen noch was sagen? Nee, warte. Kann ich dich noch kurz besuchen? Wo bist du? Nein, du hast dieses nöt, nöt. Nix mit mir. Nee, der kennt dich hin, Cent. Er hat Perk. Nee, nee, nee. Er hat Perk und der Sting. Lass aber auch reinkrabbeln direkt. Jetzt nach rechts, sterzig. Wo? Ja, nee. Hier, siehst du nicht die Lampe? Siehst du nicht die Lampe? Oh, hi, Digga, was geht? Alter, ist das eine crazy Nuke. Ja, ja. So. Haha. Nee, nicht mit mir. Nicht mit mir. So. Okay. Ja, sorry, falls das jetzt die Leute genervt hat, dann ist das so. Ansonsten schaut gerne bei 2 Papu vorbei. Der hat einen neuen Kanal gemacht. Da kommen jetzt mit seiner Sülze folgen. Aber wir haben mal eine Frage. Genau so wie Mittwoch ist ja verspielt, ist genug. und, äh, ja. Monat geht's weiter bei Hand of Uncut. Das bin ich. Deswegen gibt's jetzt einen Cut zum nächsten Video, ne? Tschüssi, Kofsky. Gibt's schon einen Teaser, was du nächste Woche machst? Ähm. Nächste Woche ist ein Ersatzspieler dabei. Ja, stimmt. Noch einer, das ist es. Weil wir haben, Gnu ist im Urlaub drinne. Oh Gott. Deswegen. Es tut mir leid. Schönes Wochenende, ne? Tschüssi. So, g红otti. So. 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 So.